Aus dem Projekt Rothorn-Ost gibt es Neuigkeiten. Wie die Bergbahnen Sörenberg heute mitteilt haben, wird man nicht das ganze Projekt auf einmal durchführen, sondern einfach mal einen ersten Schritt. Konkret heisst das, es gibt einen neuen Vierer-Sessel-Lift an der gleichen Stelle, die jetzt in der Zweier-Sessel steht. Wir verschieben den Bügel-Lift so, dass die beiden Skigebiete Dorf und Rothorn verbunden werden. Und wir investieren in die Beschneidungsanlagen. Wie genau das Projekt beginnt aussieht und warum man diese Umplanung vorgenommen hat, lesen Moni Mäntli-Bucher Anzeiger. Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020